Und damit fährt, kommen wir zurück zu einem neuen, gelassenen Ende. Aus 1924, Patrick Fierce, Veteran des Ersten Weltkriegs, vertanzte eine Erinnerung in Alkohol und schlacht hatte. Er setzte privates Flüge, die Führigkeit der neuen Vollzüge, den er seine totalen Liebe freit. Fierce müsste schnell einen neuen Auftrag bekommen, kann er seine Lefanten kalieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Blut ist jetzt begonnen zu coagulieren. Sie hat eine kurze Zeit, nur ein Spezialist, mit einem neuen Körper. Du kannst nicht verstehen, du bist nicht Sailor. Der Same goes für dich, Sir. Move along. Ja. Don't treat me like another one of these locals. You're completely overwhelmed, and you can do with reinforcements. What do you think? That you can call the National Guard to an island like Darkwater? For a stranded fish? Gosh darn, Mr. Not like another one of these locals. Go give you valuable advice somewhere else, huh? Now, please, allow me to do my job. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! You can see that I'm busy, can't you? You can't understand, you're not Sailor. Oh, yeah. It's a sign. There's something coming. What are you going to do with your packages? You're going to do with a bug. I'm looking for a bug. It's a bag of fixes. I'm looking for a bug. How am I going to do with you? I'm looking for a bug. Have to cut this in the house? You can see it out. Nothing for you here either. There's nothing to say out. Your chum wanted to stir us up. Wow, die Einwohner von... Die, ähm, Einwohner von Charota sind ja sehr freundlich. Was? Das sieht auch aus. Oh, meine Freunde. Reden. Wir sind länger. Oh, ja. Hallo. Wir sind länger. 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 Und Sie sind nicht. Ich kann sehen, dass Sie und ich es sind zu einem schlimmen Start. Ich bin gearbeitet für Informationen. Keine Wartung. Und ich mag es so. Oh, big man! Warum gibt es hier einen Alkoholverbot? Kann ich mich mal dringestellen und dann über Darth Water reden? Hab ich doch nicht! Du bist fien! Der Stranded Whale. Ich glaube, diese Bar hat hier schon seit lange Zeit. Was kann ich sagen? Ich bin ein Nostalgischer Typ. Der Name, das wir uns an der Golden Age von Darkwater. Wenn unsere Whalers leften für viele Minuten und kamen zurück, sweatin' und stinkin' in den Öl. Flesch von den Whalen in den Hutten. Es war eine schwierige Zeit, Olsen. Ah, aber steeped in Glorien. Wir haben noch nie so eine Weile seitdem. Was kannst du mir erzählen? Wir wussten, dass sie auf der Hauptlanden war. Für ihre Faltungen. Ich wusste nicht warum. Und ich will nicht sprechen von der Liede. Ich möchte die Liede nicht erzählen und die Liede niemals sagen. Diese Liede nicht so aussehen. Die Liede nicht so aussehen. Die Liede nicht so aussehen. Das Liede nicht so aussehen. Wie bist du das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo Okay Und wenn du meinst Warum eigentlich der wird gezogen Alle anderen sind jetzt gar nicht Gar nicht gezogen oder wie er nur gefolgt hat Das klingt jetzt nicht so gut Und da hier Und da hier Und da hier Und da hier Ja Liefbar Ah Okay Warte dann Was für alt Mal mehr Ist er ja 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 Kapitän, ja, mach uns klar. Halt deine Leute im Zaum. Kannst du dir nicht leisten und provozieren. Du musst nicht antworten. Bitte überwinden. Bring einfach deine Zahlung. War das die dumme Krupp, die sie gerade in der Tasiande getroffen haben? Au. Ich lieb. Oh. Ich habe noch wenige Daten gelesen. 890, 507 und ein Teil eines anderen Datens. Ich habe das Argument, wo du nicht geschwärzt. Warum will sie sich in der Diskussion beberen wollen? Warum riecht es nach nach dem Hund? Hä? Warum? Du bist in der Dome, du bist. Ich habe die Dome. Es ist schon the Dome. Oh. Ich habe die Dome. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the Manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my Habermaster's office, but I prefer if you didn't go through my affairs. Are you being glad then? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that. But she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the Samus. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? Hmph. You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The killer whales don't have many known predators. That's true. And more than me, they're not found around here. But, um, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that sheltered creatures unlike any other? You're talking about mythology. Ha, indeed, you're right. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. What happened here? How did you read that? Okay. I'm looking for warehouse 36. You know where it is. Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. I'm having a lot of trouble. You know who the building belongs to, don't you? Ja. 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 Das tut mir leid. Sie wurde angesprochen. Ja, bist du. Also ich bin sie leider noch. Ja, keine Ausgabe. Egal. Ja. Ja. Na Ja. 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 Als Fertig Krinerodi. Ja. Ja. Erstmalen. Und. Das morgens. Ich habe nie gehört von diesem St. Ist es ein Lokal Ballon? Aber jeder kennt St. Brendan, der Navigator. Er ist der Patron Saint von Whalen und Whalers. Und was passiert mit dem Statuen? Geh sie sich selbst. Ist es der Ende der Jetten? Hier ist du, unsere Lieblingsstatue, und dann die zwei Bozos hinter uns. Oh. 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 Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. See you later. We gotta keep it shut. Don't worry, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaps. Don't die a thirst, a lot of you. They stink less. I'm so cute. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another one. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaps. Don't die a thirst, a lot of you. They stink less. So, who are you? Are you stupid? Or are you doing it on purpose? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020